Das Düsseldorfer Rüstungsunternehmen Rheinmetall will seinen modernsten Kampfpanzer an die Ukraine liefern. Gegenüber dem Handelsblatt sagte Vorstandschef Armin Papaga, wir reden mit Kiew über den Export des Panthers. Das Land wolle den Kampfpanzer haben und habe zudem Interesse an dem neuen Schützenpanzer LYNX bekundet. Rheinmetall hatte den Hightech-Kampfpanzer Panther im Juli 2022 auf einer Messe in Paris vorgestellt und ihn als stärksten Kampfpanzer weltweit angepriesen. Noch gibt es vom Panther lediglich ein Vorführmodell, dennoch stellt Rheinmetall eine Lieferung in 15 bis 18 Monaten in Aussicht, so Papaga weiter. Die Panzer könnten in Deutschland oder in Ungarn gebaut werden, schreibt das Handelsblatt. Laut Welt.de könnte nach Beendigung des Krieges sogar eine Produktion des Rheinmetallpanzers in der Ukraine erfolgen. Noch in diesem Jahr will Rheinmetall die ersten 20 bis 25 Kampfpanzer vom Typ Leopard 1 in die Ukraine schicken.